Fantastisch, alles klar. Dann vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe mal, dass Zoom jetzt dann doch einigermaßen stabil läuft. Ich werde ein bisschen was erzählen über das, was hier angekündigt ist, digitale Prüfungen und wie man sie so offen wie möglich und so sicher wie nötig gestaltet. Kleinen Disclaimer schiebe ich immer vorne weg. Ich bin Ingenieur von Herzen. Ich bin kein Hochschuldidaktiker. Ich musste mir Begriffe wie Inverted Classroom und Constructive Alignment auch erst in den letzten Jahren so anlesen. Aber ich kann halt zum Beispiel programmieren und das ist für, wenn man digitale Prüfungen durchführen möchte und da ein bisschen was Neues ausprobieren möchte, tatsächlich ein Vorteil. Da werde ich später vielleicht drauf kommen. Ansonsten so eine übliche Hausmeisterei. Am Anfang kann man diese Folien haben. Ja, sehr gern. Ich habe die jetzt heute noch nicht geschafft hochzuladen. Werde das im Nachgang tun. Da sehr gern einen Link verteilen. Wird es eine Aufzeichnung von diesem Inputteil hier geben? Ich schreibe mal hin eventuell. Also ich nehme das gerade mal parallel nebenbei auf. Bei mir lokal mit OBS. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht, sodass man sich das im Nachgang nochmal anschauen kann. Und Fragen ja sehr gern. Ihr könnt, ich sage einfach mal, ihr könnt sehr gern Fragen einfach in den Chat schreiben. Und ansonsten probiere ich jetzt mal diese Fragenwand. Und wer jetzt schnell ist mit seinem digitalen Endgerät, der kann auch diesen QR-Code hier scannen. Und ansonsten habe ich mal den Link und den Raumcode auch in den Chat getan, sodass da die Möglichkeit besteht, einfach während des Vortrags schon mal Fragen zu sammeln. Und zum Ende werde ich darauf wieder zurückkommen und dann können wir uns so an diesen Fragen lang arbeiten. So der Plan. So, ich würde natürlich starten mit einer kleinen Motivation. Also Veränderungen, Transformationen benötigen ja immer einen Impuls. Und also die Trägheit der Unis besteht und stand vielleicht darin, einfach so weiter zu prüfen, wie man irgendwie immer geprüft hat. Und dann kam da leider so eine Pandemie um die Ecke und hat ein bisschen was umgeworfen und hat eben nötig gemacht, mal über tradierte Dinge drüber nachzudenken. Und ja, das Problem, was eben dahinter liegt, ist, wenn man jetzt einfach versucht, so, ich sag mal, traditionelle, nicht so wahnsinnig gute Prüfungsformate jetzt noch so Ach und Krach in die Online-Welt, ins Internet drüber zu retten, gibt es einen schönen Spruch von Thorsten Dirks. Ja, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess, dann gilt das eben auch für Prüfungen. Und eigentlich müsste man sich eben ein bisschen zurücklehnen, sich überlegen, was wollen wir eigentlich machen und sich dann halt neue Konzepte überlegen. Weil diese traditionellen Prüfungsformate, also hier, das ist ja jetzt schon nicht so ganz traditionell, weil hier darf ja der Prüfling schon ein fast digitales Endgerät nutzen und auch in ein Buch gucken. Ja, aber das ist ja, sage ich auch mal wieder so schön, im normalen Leben ja relativ absurd, wenn man halt jetzt Entwickler ist in einer Firma, als Ingenieur, als Ingenieurin und irgendwas Neues, Tolles bauen soll und dann gesagt wird, geh jetzt für drei Stunden da in diesen dunklen Raum abgeschockt von der Außenwelt ohne Internet, ohne Computer, nur mit Zettel und Stift bewaffnet und entwickle jetzt da das tolle neue System, was wir halt irgendwie später kommerziell verkaufen wollen. Also natürlich ist die praxisnahe Kompetenz, um die es dann geht, eben auch im Internet zu recherchieren, aus vielen vorhandenen Lösungen, die es da schon gibt, vielleicht irgendwie passende auszuwählen, daraus was Neues zusammenzubasteln, Simulationssoftware zu benutzen, schlaue Rechenwerkzeuge am Computer zu benutzen, eben einfach kompetenzorientiert zu arbeiten. So, und diese praxisnahen Kompetenzen, die blenden wir meines Erachtens in Prüfungen zu sehr aus. Auch das habe ich mal versucht, hier in diesem Meme irgendwie darzustellen, ja, dass, also das, was im normalen Leben als Softskills gelten, das gilt in Prüfungen leider irgendwie als Cheaten. Und dieses Internet, das gehört eben zur Lebenswelt der Studis mit dazu. Wir können das nicht in Lehrveranstaltungen und erst recht auch nicht in Prüfungen ausblenden, wie dieser schöne Spruch sagt, ja, imagine you go to some place and there is no Wi-Fi. Und das, worauf ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel Folien verschwenden möchte, weil ich da ein ziemlich vehementer Gegner von bin, ist eben Proctoring. Ich habe hier mal so dieses schöne alte Bild, was überall so rumgereicht wird, aus Cambridge rausgesucht, ja, von einem Proctor eben als Prüfungsaufseher. Da war das noch eine Person, da war das auch irgendwie okay. Für die Studis sieht das ja so ein bisschen so aus hier wie Hell 9000. Ja, also da ist irgendwo eine Kamera, man weiß nicht so richtig, was und wer dahinter ist und wie man da überwacht wird. Und das treibt dann eben aus meiner Sicht teilweise recht absurde Blüten. Also das ist auch ein Beispiel, was ich immer wieder gern zeige, was hier bei uns in Magdeburg an der Uni kursiert ist, wo ein Lehrstuhlinhaber meinte, seine Studierende, seine Prüflinge in der Prüfung auch ganz abgefahren überwachen zu müssen. Und dann eine, wie man hier sieht, so knapp 30-seitige Anleitung verfasst hat oder wahrscheinlich seine Mitarbeitenden hat verfassen lassen. Wie denn an dieser videoüberwachten Prüfung teilzunehmen ist und wie, also das ist so, hier oben kann man es so ein bisschen erkennen, so eine Art Ikea-mäßige Anleitung. Also wo muss der Tisch stehen, wo muss die Kamera stehen, wo ist das Fenster, wo darf eine Tür sein, wo darf keine Tür sein und wie ist das dann noch alles irgendwie mit Software zu regeln. Und das ist natürlich, also wenn man sozusagen für die Vorbereitung auf die Prüfung sich mehr durchlesen und mehr aneignen muss, als es eigentlich vielleicht in der Prüfung darum geht, ein Problem zu lösen, ist das natürlich schon irgendwie ziemlich komisch. Ja, so wie vielleicht hier dargestellt ist und der Punkt ist, dass man meines Erachtens mit dieser super krassen Überwachung den Studierenden gegenüber das komplett falsche Signal sendet. Ja, in vielen Leitbildern leere, auch bei uns an der Uni steht halt drin, die Basis unserer Kommunikation sind Vertrauen und Transparenz und da, es spricht so ein sehr knallhartes Proctoring mit irgendwie 360 Grad Kameraschwenk im Raum und, ja, Admin-Überwachung aller Prozesse auf dem Rechner doch irgendwie sehr dagegen. Und gerade im Ingenieurbereich würde ich halt sagen, dass man diesen technischen Kampf mit den Studierenden auch dann als Uni eigentlich noch verlieren kann. Also Studierende, wenn sie schlau sind, werden immer Möglichkeiten und Wege finden, dann dieses Proctoring-System doch irgendwie zu umgehen. Gibt es ja von der RWTH Aachen auch eine sehr schöne andere Handreichung zu und da kommt eigentlich immer raus, wenn man das halt aus Unisicht, aus Prüferinnensicht sicher haben will, braucht man halt mehrere Kameras im Raum und man braucht wirklich Root, wenn man so will, Zugriffsrechte auf dem Rechner, um genau zu schauen, was gehen da für Daten, wo rein und raus und welche Software oder welche Prozesse laufen dann noch im Hintergrund. Und das ist zumindest ein Vorteil bei uns in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine Fernprüfungsverordnung, die wir unter dem Motto lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht von der Fernprüfungsverordnung in Bayern kopiert haben und die schließt genau diese Sachen halt aus. Ja, und diesen Aufwand, den man halt in das Proctoring reinsteckt, meines Erachtens sollte man den viel eher da reinstecken, sich neue, innovative, schlaue, kompetenzorientierte Prüfungsformate auszudenken, die eben genau ohne dieses Proctoring auskommen, weil das ist eigentlich die zukunftssicherere Lösung. Okay, dann habe ich den Rest dieses kleinen Impulsvertrages so ein bisschen dreigeteilt in Probleme, Praxis, Perspektiven. Also ich würde noch mal so ein bisschen auf Herausforderungen von Prüfungen eingehen, so ganz generell. Worauf sollte man achten? Da würde ich einfach aus meiner Erfahrung und unserer Erfahrung in Magdeburg über ein paar ganz konkrete praktische Beispiele berichten und am Ende vielleicht noch ein paar Perspektiven geben, wo die Reise denn mal so hingehen könnte. Also Probleme oder wie man neudeutsch sagen würde, Herausforderungen, was sollten wir beachten? Vielleicht sollte man sich, und das meinte ich am Anfang mit, wir sollten uns mal zurücklehnen, mal Gedanken machen, warum wir überhaupt prüfen. Ja, also vielleicht ist der hauptsächliche Grund, ja, okay, haben wir irgendwie schon immer so gemacht, dann müssen wir das auch mal weitermachen, steht halt in Studienprüfungsordnung so drin. Also das ist eine Frage, die kann jetzt mal jeder für sich selbst so ein bisschen beantworten. Dann müssen und möchten laut Studienprüfungsordnung Studierende mal bewertet, bepunktet, benotet werden. Man möchte natürlich auch als Lernende, als Lehrender wissen, wie viel ist denn angekommen. So eine Lernstandskontrolle machen Studierende, wünschen sich Feedback. Und das kann man jetzt dann, wenn man das auf Prüfungen abbildet, in so ein paar generelle Herausforderungen zusammenfassen. Also die Prüfungsmethode, das Prüfungsformat muss zur Lernmethode und den Lernzielen passen. Das ist das klassische Constructive Alignment. Dann hängt ein Prüfungsformat natürlich so ein bisschen davon ab, habe ich da nur fünf Leute oder 50 oder 500, muss ich mir irgendwie andere Sachen überlegen. Ich möchte natürlich schon auch, selbst wenn es irgendwie um kollaborative Gruppenprüfungsformate geht, sicherstellen, dass ich da die richtigen Leute prüfe, die da vorgeben, geprüft zu werden und dass das dann schon doch ihre eigenen Einreichungen sind. Und Datenschutz ist ein Thema, gerade bei Online-Prüfungen. Rechtssicherheit, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Dann ist allen klar, wie dieser Prozess abläuft, haben da alle die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und gerade bei Online-Prüfungen ist auch noch so, was ist denn dieser Server sicher, so wie eben, ja, stürzt da mal so eine Software ab, wie nachhaltig und sicher sind die Daten da gespeichert und so weiter und so fort. So, und wenn man jetzt noch ein bisschen auf die Risiken schaut, dann ist das natürlich für Studierende in Online-Formaten und in so Open-Book- und Open-Web-Formaten viel einfacher, sich untereinander auszutauschen. Ich würde das gar nicht so als so ein Risiko sehen, sondern eher als eine Chance. Also, Plagiate sind natürlich schon ein ziemlich wichtiges und ernstes Problem. Ist jetzt, also in so ingenieurwissenschaftlichen Fächern wie, ja, Grundlagen, Elektrotechnik, Physik, naturwissenschaftlichen Sachen, vielleicht nicht so ein Riesenproblem, wenn es eher darum geht, halt irgendwas zu rechnen. Ist vielleicht in humanwissenschaftlichen Fächern ein viel stärkeres Problem. Und eine wichtige Sache, und da habe ich tatsächlich auch noch keine richtige Lösung für, ist so Contract-Cheating. Also Studierende kaufen sich eine Prüfungsleistung extern ein. Da würde ich auch sagen, abhängig vom Fach gibt es einen relativ kleinen Markt dafür. Und ein so ein Gegenargument ist auch, dass man als Prüfling, der eine solche Leistung in Anspruch nimmt, natürlich sich damit so ein bisschen dauerhaft angreifbar und erpressbar macht und da ein Geschäftsmodell natürlich auch sein könnte, als Anbieter solches Contract-Cheating da ein gewisses Dauerabo dann mit der Person abzuschließen und zu sagen, sonst kommt das dann doch mal ans Licht, dass ich dir da mal irgendwann in dieser Prüfung geholfen habe. Ja, und so ein paar Fragestellungen, die ich mir dann immer mal wieder durch den Kopf gehen lasse, wenn ich über Prüfungsformate nachdenke, gerade über so offene, wäre halt zum Beispiel, wie schwierig wäre das, einer Person, die jetzt mit dem Fach überhaupt gar nichts zu tun hat, zu erklären, wie man möglichst gut in dieser Prüfung teilnimmt und da eine gute Note erreicht. Ja, und wenn das wäre, also pass auf, da sind so ein paar Multiple-Choice-Fragen und nimm halt immer die längste, so nach dem Motto, dann ist es halt irgendwie in dem Sinne wirklich kein gutes Prüfungsformat. Eine Frage, die ich mir auch stelle und, also wo ich entschieden habe, ist es kein Problem, ist, also wenn die Qualität des Prüfungsformates davon abhängt, wie gut ich als Lehrperson meinen Fragenkatalog hüte, wie mein Augapfel, dann ist es mit Sicherheit eben auch kein gutes Prüfungsformat, weil, wenn das offen ist, werden Studierende diese Fragen auch sammeln und in die Welt hinaustragen und sich eben auch mit diesen Fragen im Nachgang auf zukünftige Prüfungen vorbereiten. Sollte für mich nicht so ein Riesenproblem sein dann an der Stelle. Ja, genau das Gleiche ist, Studis sind nie da, kommen nur zur Prüfung. Wäre das okay für mich? Wäre das schlimm? Kann man an der Prüfung gut teilnehmen, wenn man nie in der Lehrveranstaltung war? Aber es ist auch so eine Frage und wenn sich, wenn man mal so ein bisschen perspektivisch noch denkt, wenn sich Studierende vielleicht selber prüfen würden und sich selber Aufgaben ausdenken könnten oder ein Format überlegen würden, wie weit weg wäre das von dem, was man so selber sich als Lehrperson überlegt hat. So und damit würde ich zum Praxisteil kommen und von ein paar Prüfungen und Prüfungsformaten erzählen, die wir bei uns so gemacht haben. Und zwar das, was wir im vorletzten Wintersemester gemacht haben, also wirklich so harte Corona-Zeit, man konnte nicht wirklich Leute an die Uni lassen, haben wir gesagt, okay, machen wir die Prüfung in so einem Online-Take-Home-Format, dann natürlich Open Book, Open Web. Ohne Proctoring, ohne Videoüberwachung gibt es einen recht ausführlichen Blogartikel von mir drüber, den man sich im Nachgang mal ganz gern durchlesen kann. Ich habe jetzt natürlich dafür nur so ein Stockfoto rausgesucht, man sieht und weiß natürlich nicht so wirklich, was die Studenten zu Hause machen, damit sie dann, und es mag auch möglich sein, dass sie sich dann zu dritt, zu fünft in einer Infektionsgemeinschaft der Wahl zu Hause hingesetzt haben, um gemeinsam diese Prüfung zu lösen. Sie haben einfach individualisierte Aufgabenbögen bekommen. Und da kommt jetzt das zum Tragen, was ich am Anfang erzählt habe, als Ingenieur kriegt man das dann relativ gut hin. Wir haben schon immer einen großen Aufgabenkatalog gehabt, den habe ich halt in LaTeX und dann habe ich einfach ein Tool geschrieben, was aus diesen Aufgaben eben individualisierte Klausuren zusammenstellt und auch automatisch per E-Mail an die Studierenden verschickt. Und sie haben dann ihre Lösung im Moodle eingereicht. Wir haben die dann dort online bewertet, korrigiert. Die Einsichtnahme war online, die Archivierung war online. Das fand ich ein sehr schönes Verfahren. Im letzten Sommersemester war es dann so, dass die Inzidenzen wieder geringer waren, dass man Leute auch zum Beispiel mit großen Abständen in die Messehalle setzen konnte. Wir fanden dann dieses Open-Book-Format sehr schön, sodass wir den Studierenden auch da erlaubt haben, Laptops, Vorlesungsmitschriften, Bücher, ihre Handys mitzubringen und auch zu benutzen, darauf Sachen nachzurechnen, zu simulieren, damit eine Probe zu machen und so. Am Ende zählte trotzdem die handschriftliche Lösung. Das funktionierte auch relativ gut. Die Studis haben die Computer gar nicht so wahnsinnig, also ich glaube, sie haben gar nicht begriffen, was für mächtige Werkzeuge sie da jetzt in der Hand haben. Sie haben die eher so als eine schlauere und schnellere Suche, Volltextsuche im Skript, in den Übungsmaterialien genutzt. Gar nicht so sehr, um da jetzt wirklich was zu simulieren und zu rechnen. Und ich fand das am Ende aber relativ nervig, weil wir dann ganz viel Papier wieder hatten. Also die ganze Abwicklung danach war halt papierbasiert und das, was vorher eben so selbstverständlich war, man schleppt da Stapel von Papier mit sich rum und muss die irgendwie an ganz viele Leute, die das korrigieren, verteilen. Das im Vergleich zu dem, wie schön und schlank das halt in dem Online-Format ablief, fand ich das dann an der Stelle irgendwie nervig. Was halt so ein Vorteil war, klar, da kann man halt ganz klar die Authentizität der Leute prüfen, nicht nur über irgendwie ein Moodle-Login und eine E-Mail-Adresse. So und deshalb im letzten Wintersemester haben wir dann so ein ähnliches Format weiterentwickelt, also die Studierenden kamen in den Hörsaal, haben gedruckte Aufgabenblätter bekommen, Open Book, Open Web konnten ihren Rechner mitbringen, damit simulieren, ihr Handy nutzen, was sie wollten, haben auch wieder natürlich individualisierte Klausuren bekommen und dann war, wie es früher so hieß, machen Sie mal eine typische Handbewegung. Am Ende haben die Studierenden dann ihre Lösungen abfotografiert und haben die direkt halt in unser Lernmanagementsystem Moodle hochgeladen, sodass die ganze Bewertung, Korrektur, Einsichtnahme, Archivierung danach wieder online stattfand. Und das ist jetzt so für mich ein super guter Prozess. Also über diese Sache im Hörsaal kann man halt Authentizität und zumindest auch so einen Hauch von Originalität der Lösungen einigermaßen sicherstellen. Die Studierenden können sich natürlich über Online-Tools auch untereinander austauschen. Dafür kriegen sie individualisierte Aufgaben. Diesen Pool, aus dem wir jetzt diese individualisierten Klausuren erstellen, den haben wir aber ein bisschen kleiner gemacht, einfach, dass das wieder einfacher ist in der Korrektur, dass man sich halt als korrigierende Person nicht mehr in irgendwie 20, 30 unterschiedliche Musterlösungen reindenken muss, nur noch in 3, 4, sodass das auch wieder ein bisschen flotter geht und das ist zumindest jetzt so ein Format, mit dem wir ganz gut weitermachen werden. Jetzt kann man sagen, okay, dann braucht man ja, wenn man jetzt so individualisierte Klausuren zusammenstellen will, ganz viele Aufgaben. Ja, kein Problem, man lässt einfach Studierendeaufgaben entwickeln. Machen wir auch regelmäßig in der Lehrveranstaltung munteres Klausuraufgaben, Brainstorming, Studierende entwickeln, Prüfungsaufgaben sammeln, die dann einfach auf einem Padlet zum Beispiel und meistens denken sie viel zu komplizierte Aufgaben aus, muss man ein bisschen abschwächen, damit das halt passt für die Klausur, aber damit kann man auf jeden Fall ziemlich schnell sich einen großen Pool an Aufgaben zusammenbauen. Dann haben wir mal so Gruppenphasen bei Leistungskontrollen ausprobiert, also nicht wirklich bei Prüfungen, sondern so bei Zulassungsklausuren und da ist halt die Idee, also die haben erst einen individuellen Aufgabenzettel abgearbeitet und dann haben wir gesagt, kurze Pause, rottet euch mal in 3er, 4er Gruppen so in eurer Lerngruppe zusammen und dann kriegt ihr nochmal einen Aufgabenzettel mit einfach zu korrigierenden Fragen, dass das für uns nicht so einen großen Aufwand machte und die entscheidende Sache ist aber, die Gruppe bekam halt nur einen Lösungszettel, also sie mussten sich auf eine Lösung einigen. Ja, und dann fangen die Leute eben nämlich genau an zu diskutieren, warum sie denken, dass ihre Lösung richtig ist, warum sie denken, dass die andere Lösung falsch ist und das sind eigentlich total wichtige praxisrelevante Kompetenzen, die dann in solchen Gruppenphasen abgebildet werden. Dann haben wir so ein ziemlich abgefahrenes System mit so personalisierten Aufgaben, mit anonymen Peer-Review, gibt es ein 5-Minuten-YouTube-Video zu, wo ich das so ein bisschen erkläre, auch hier Vorteil, ich kann ein bisschen programmieren, habe das halt mal umgesetzt, auch mit MATLAB und LATICH und so und Studierende kriegen individualisierte Aufgaben, begutachten sich dann gegenseitig, Semester begleiten, funktioniert ziemlich cool und auch, also was wir vielleicht, das machen wir auch schon seit Vor-Corona-Zeiten und was wir vielleicht da auch schon so ein bisschen rausgenommen haben, ist, auch wenn die Studierenden eine Woche Zeit und alle Möglichkeiten der Welt haben, scheitern sie eben doch manchmal an sehr einfachen Aufgaben, weil, also wenn einem halt die richtigen Stichworte fehlen, dann nützt einem auch die beste Internet-Suchmaschine nichts, wenn man einfach nicht weiß, wonach man suchen soll oder wenn man halt einfach nicht das vernünftig interpretieren kann, was einem die Suche da ausspuckt, was auch so ein Argument ist, also Internet-Zugang in Prüfung durchaus relativ problemlos zu erlauben. Ja, und dann, also diese Leistungskontrollen machen wir jetzt eben seit Pandemie-Zeiten mit so berechneten Fragen im Moodle. Das macht ein bisschen Aufwand bei der Fragen-Erstellung, hat dann aber im Nachgang den Nachteil, dass sich diese Sachen natürlich sehr schnell und sehr einfach und automatisiert bewerten lassen. Gibt es auch einen Blog-Artikel zu, den habe ich jetzt hier vergessen zu verlinken, kann ich aber im Nachgang gerne mal noch tun. So, und damit würde ich zu ein paar Perspektiven kommen. Also Chancen, die ich jetzt mal so in Online- und Alternativen und innovativen Prüfungsformaten sehe, ist, dass man mal ein bisschen wegkommt vom summativen Prüfen und mehr sagt, Semester begleitend formativ ist viel aussagekräftiger und es macht zum Beispiel auch für Studierende halt viel mehr Aufwand, sich das ganze Semester über irgendwie ein Contact-Cheating-Anbieter zu suchen als einmalig für eine Prüfung. Ja, dann ermöglichen diese Online-Formate natürlich auch wirklich mal den Prozess, wie ist jemand zu einer Lösung gekommen, anstatt halt einfach nur die Lösung zu bewerten. Dann, was mir noch aufgefallen ist, Online-Prüfungen haben durchaus Vorteile in der Barrierefreiheit. Studierende können das nochmal zum Beispiel in ihre Muttersprache online übersetzen mit irgendeinem Tool, wenn ihnen das hilft. Ich würde für die Zukunft auch vorschlagen, natürlich mehr Wert auf Feedback als auf die reine Notenvorgabe zu legen. Wenn Studierende merken, okay, ich bekomme da wirklich total sinnvolles Feedback auf meinen Lernprozess, dann ist die Note, will ich nicht sagen, egal, aber dann ist die Note halt nicht das alleinige Ausschlagekriterium, worauf es halt ankommt in der Prüfung. Und dass, wenn man die Prüfungskultur ändert, das natürlich auch ein Motor sein kann, mal halt die Lehr- und Lernkultur ein bisschen zu transformieren und zu innovieren. Und so wie in diesen schon angesprochenen Gruppenprüfungen, denke ich, Kollaboration, Kommunikation zu erlauben in Prüfungen, weil es halt eine wichtige praxisnahe Kompetenz ist, ist was, was man in Zukunft auf jeden Fall mal angehen sollte. Ich habe mir mal so ein Prüfungsformat überlegt, gibt es auch einen längeren Twitter-Thread zu, der hier verlinkt ist. Also ein Format, wo das gegenseitig von einem Abschreiben schon eingebaut ist. Also man unterteilt eine längere Aufgabe in so Teilaufgaben und die studieren in Gruppen und dann kriegen die halt von den unterschiedlichen Aufgaben auch so eine Teilaufgabe und nach der Teilaufgabe macht man so einen Cut und tauscht sozusagen online-mäßig die Aufgabenblätter. Und dann sehen die Studis, okay, da hat, also ich kriege jetzt so irgendwie drei, vier Lösungen, wo jemand schon mal angefangen hat mit der Aufgabe. Welcher Lösungsweg erscheint mir denn plausibel? Mit welchem mache ich denn weiter? Weil das ist ja auch eine total wichtige Kompetenz. Man sucht irgendeine Lösung im Internet oder man sucht die Lösung für ein Problem im Internet, findet ganz viele Ansätze. Für welchen Ansatz entscheide ich mich dann? Da muss man sich mal über, also das ist was, was ich tatsächlich mal ausprobieren will, muss man sich noch ein bisschen überlegen, wie man das wirklich online mit welchem Tool gut abbilden kann. Um dann neben fachlichen Kompetenzen eben auch außerfachliche Kompetenzen, die man zum Beispiel in diesem schönen 4K-Modell zusammenfassen kann, mal noch in Prüfungen mit abzubilden, die bisher, würde ich sagen, so ein bisschen so ein blinder Fleck sind. Also da sind wir so in Prüfungen auf einem oder vielleicht auch auf beiden Augen blind. Dann kann man sich ganz viele alternative Prüfungsformate überlegen, Studierende erstellen zum Beispiel auch Videos, in denen sie Lösungswege von Aufgaben vorstellen. Podcasts sind im Vorgespräch schon angesprochen. Ja, dann gibt es so einen schönen Artikel, den ich hier auch verlinkt habe, der heißt nicht Wikipedia In-House-Arbeiten, sondern Wikipedia als Hausarbeitende, also Studierende schreiben Wikipedia-Artikel zu irgendeinem speziellen Thema oder übersetzen zum Beispiel Wikipedia-Artikel, schreiben Blogs, sowas in der Art. Und ja, das, was sie dann halt damit abbilden, sind eben Kompetenzen, ja, also irgendwie eine Handlung und es geht eben darum, diese Kompetenzen zu prüfen und nicht einfach nur Inhalt und Wissen in irgendeinem Fach abzufragen und dieses letzte schöne Meme, was ich hier zeige, also wenn das dann irgendwann in der Zukunft nicht mehr funktioniert, weil es total egal, also weil die Studierenden halt einfach schon vorher wissen, welche Inhalte in der Prüfung drankommen, es aber eben auf die Kompetenzen ankommt, dann ist, glaube ich, eine ganze Menge schon erreicht. So, und damit kommen wir zur letzten Folie und zu einer kleinen Zusammenfassung, also vielleicht nochmal so ganz kurz zusammengefasst, was macht eine gute Prüfung aus? Ich würde sagen, eine gute Prüfung ist irgendwie authentisch, hat irgendwie auch einen Sinn für die Studierenden mit zeitgemäßen, praxisrelevanten Prüfungsaufgaben, die, wie schon angesprochen, kompetenzorientiert sind und deren Lösungen nicht googelbar sind oder zumindest wenn die Lösungen googelbar sind, dann müsste man halt auch die gegoogelten Lösungen an der Stelle akzeptieren und das, was wir tatsächlich stattdessen, glaube ich, in den meisten Fällen manchmal vielleicht machen, ist, ja, dieses Straßenlampenprüfen, also wir prüfen nicht das, was am relevantesten ist, sondern wir prüfen das, was sich am einfachsten prüfen lässt, so wie diese schöne Analogie, wenn man irgendwie seinen Autoschlüssel verloren hat, dann sucht man halt auch erstmal unter der Straßenlampe, obwohl das vielleicht nicht notwendigerweise die Stelle ist, wo man seinen Schlüssel verloren hat, sondern halt die Stelle ist, wo es überhaupt hell ist und wo man halt suchen kann, ja, und von diesem Straßenlampenprüfen, glaube ich, müssen wir auch so ein bisschen weg. So, damit bin ich fertig, gehe jetzt zurück auf das Fragenbord, freue mich auf die Fragen, freue mich auf die Diskussion und stoppe damit auf jeden Fall mal die Aufnahme.